Oh, ich hab jetzt direkt mal den Löschhelm an. Ich kann ja mal, wenn der Feuer sich... ...de Firewall oder sowas, dann mal den zurückzuholen. Dios mio, Mann! Let's go! Quarter, Crossbow! Feuer! Lass mal Healer nehmen! Healer! Healer! Wenn du Kämpfler kannst, dann Kämpfler! Fahr drauf auf die Sau! Bleib an dem Mann! Ich kann da nicht durch! Ich auch nicht! Ja, lass Deffen! Kämpf! Ich bin in big trouble, by the way! Ich hab's noch mal gelöscht! Ich hab's rauszulaufen! Ich bin dran! Können wir einfach hoch erst mal laufen? Noch einen runter! Noch einen runter! Noch einen runter! Ich bin in trouble, gleich! Ich hab's, hoff, wenn er aid! So, ist der Bomber? Die Kippen! Cap 1 noch in BB-Senders! Jetzt haben sie auf Full Burst umgestellt, die Wichser! Let's go! Ich spotte direkt! Feuer ist, glaub ich, gutes Target, by the way! Ich hab' mir bei! Ich hab' mir gebraucht! Feuer kam weg! Meine Judy! Kommt da nicht! Kommt da nicht durch! Kommt da nicht durch! Kommt da nicht durch! Ich hab' mir gebraucht! Ich bin auch im Feuer jetzt! Ey, mach das doch nicht! Vorsicht, du bist allein da vorne! Du bist allein da vorne! Wir können doch nicht so behindert runtergehen! Ich hab' mir... Cap anfangen und dann... Okay! Der hat sein eh raus! Ich bin hier auf der Peckler wieder! Ach Scheiss! Feuer wollen, man! jetzt gleich ich bin gescheitert lang ist alles lang ist alles lang ist alles lang ist hoch ich habe einen pot drin vorsichtig habe alles drauf ich habe keine porsche auf dem tank ich habe keinen kick ich habe es durch achte ich raus wie es raus wie es aus einfach unterdrücken kein block kein blink lukzi schotte ich schotte ich aber du kriegst du stehst so weit vorne ich bin meiner judy ja ich muss hier stehen es sind alle gepurcht in der backline zwei rosen schwert verschwert du hast bombe du hast bombe ich hab noch raus gemacht komm mal zusammen ich lösche ich hatte ich habe vier ab feierwoll ist jetzt raus du hast die traur feuer 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 hat geblinkt ich muss raus ich komme raus ich bin viel zu lang wir müssen wieder hoch ja alles raus alles raus alles raus alles raus luxi du kriegst noch seed ist noch ein schwert meine judy das gibt hier ist es schmeckt nicht so aus crossbow 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 feuer ist hier oben ganz alleine gerade ja feuer feuer durch feuer kein weg mehr jetzt feuer ich hab problem schwede ich hab problem schwede ich hab problem schwede fuck ich wollte dich noch löschen ja pick up hier ist noch ein mark nach draußen nach draußen raus laufe juhu swapp ich spiel jetzt swap kick ja luxi ist noch nicht hier ne denk dran ja die machen nix ja müssen sie runter schieben und dann einfach den cap nehmen und nur noch halten crossbow direkt crossbow 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 ich judy hier deren fireball ist jetzt raus und icebox ist raus jetzt durch komm 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 jetzt go go let's go let's go ok rechts hot und dann gehe ich wieder rein genau auf crossbow 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 ist jetzt landland crossbow crossbow genau healer auch pp ist komm nicht dran feuer 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 ich hab uns gelöscht ist gestanden und wird gekickt wird gekickt wird gekickt konnt nicht ich konnt nicht konnt nicht renzi renzi pass messen healer sinds mittel healer sinds mittel ich hab feuer ich hab feuer switch auf healer ich komm mit zum healer healer wird swap lass healer nehmen nach healer healer wird gepierst schnuss bombe meine jüdische diese ich kippe um ich kippe um ja alles gut ich kippe um ich kippe um ich kippe um Ne, komm' back, Luxi, komm' back, komm' back Ich hatte auch alles ab! Der Dzeko läuft unten, eventuell kommt der hoch, ne, der Cap'n unten Wir sollten so nicht richtig schaff'n Richtig Lass, lass' auf's um das Feld gehen Auf das Feld gegen die Die gehen, glaub' ich, ne, die bleiben unten Crossbow wird direkt Lass' die Crossbow drauf Der langen Blink jetzt gesetzt Genau, Feuer wird nicht Ich hab's da kack, 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 sorry Okay, die haben Wall, die verstecken sich hinter der Wall Lass' raus, Kai, lass' den raus Lass' den raus Vorsicht Bombe Lass' die Bombe Lass' die Bombe Lass' die Bombe Ich bin auf'm Feuer Crossbow hat ein Stun bekommen von mir Crossbow hat kein Eisblock Crossbow hat kein Eisblock Ich hab Swords für den Ich hab' Kick in 3 In 2 Vorsicht, Vorsicht, die Auberkommission Hab' dich gelöscht Tank, Tank jetzt, Tank, Tank Tank, Tank Tank, Tank Tank wird gefunden ich habe keine kulons ich warte ein bisschen dann gehe ich direkt rein wenn ihr dann noch mein mann ist so eng dann lass doch mal kratz viel mein junger wir kommen doch durch feuer wird direkt einfach nur um feuer ja beide bekommen bekommen ich hab dann gleich tot hier hat kein graf kam ja ich habe keine julie ich habe noch kein kick erst drei wieder feuer wenn er kommt feuer 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 kackt feuer wird angeholt feuer 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 das ist richtig weit raus was richtig weit raus mag aber auch cool und wieder und mann musste mal aufs offene fällt hier links unten links und da können wir nicht hören okay der erste raus und ich hoffe ich werde auch anzukommen kostet dann wird gehen scheiße bleiben auf kostet was dann wird jetzt kostet dann wird ich habe auch kostet wenn die passen müssen ich habe weiter laufen noch ein bisschen noch ein stück noch ein stück noch ein stück ich ich habe noch e ab für den wenn er hier hingeht ja hier das export der hieler der hieler wird schwappt stand und karen sie hat auch ich habe die lage renzen kommen nicht dran nach links oben links resetten die tank wird stand ich kicke jetzt einer weg hier egal wer richtig viele punkte gemacht ich komme hier oben entgegen ich kann noch mal judy nur gehen ein pretty fine ich hab leider alles gut ja noch einmal so ein team gewinnen habe ich renne direkt nach unten schon ich mache mal eben energy of the hammer scheiß auf diesen 0,2 sekunden noch ist einer oben wir können ja ja die hat sich jetzt ganz gut darauf eingestellt mittlerweile müssen glaube ich wieder ein bisschen mehr cool ans teilen beim letzten zu viel rumgeswitcht hat leider zu viel also kommen wieder von uns ist ein hart hoch und die runter drücken einfach die rennen direkt nach hinten runter und jetzt oben nur noch den schock halten drückt den runter feuer ist dann macht front to back deren infibes gerade drinnen aufpassen ich habe bombe und ich potte hier oben ich bin aufm schwer drauf steht nicht zu weit vorne schön schön weit hinten stehen kommt weiter zurück ich kann gleich einen swap kick wenn da noch einer von rein kommt ich bin hart auf dem drauf feuer 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 cross-bond ist drinne kommt vor hot scoots bin da hast du dich das nicht an healer switchen healer 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 klick bomben healer klick pierce ich hab's raus für den ist er geblinkt? ne da ist er ne klick gleich in 2 ich geh zurück ich geh zurück und cap ich geh zurück und cap ich geh zurück und cap nein 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 hab ich jetzt verkackt ich hab die übersicht von uns ok wir sind raus ja jetzt wir werden jetzt hier fucking türklinge bomben aber ne ich bin nicht messlos ich bin noch immer nicht ouvmacher grossage moroc da auch den schockgeht auch den job ich versucht den nutze haven denn er denkt hat und war was last noch derzeit er hat keine sinnvollen both hoch hos hier halten der havia kapper Auspassen. Crossbow, Feuer wird direkt Stunwand hier vorne. Wir sind jetzt aufm Feuer drauf. Du bist gebombt, Luxi. Oh, Crossbow geht rein. Ich hab uns gelöscht. Wir tun mal Vollgas auf dem Feuer. Feuer Stunwand, Feuer Stunwand, Feuer Stunwand. Bis safe, Renzi, bis safe. Ich hab kein Kick. Ich hab nur 60 Feuer. Oh, genau. Vollfeuerbombe. Feuer, Big Pierce. Nice. Healer? Healer Swap. Stunwand auf Healer. Der Tank hat hin gelootet. Der Tank hat hin gelootet. Schatz drauf. Schlecht den Healer nach oben. Healer. Ah, ah. Unten rechts, Hilfe. Jungs. Ich hab gleich. Ich hab's dort noch im Moment. 10 Sekunden ist over. Schau, ich schau, ich schau, ich schau. Also nach oben hat das ein Teil Marco. Ich sag mal, ob du kapierst. Jawohl, loot den und dann. Good Job, den loot ich. Den loot ich. Den Wichser. Bäh, was ein Kränzer, Sub up, man. Jesus Christus, Eddie, Firewall. Wäre auch too bad gewesen, wenn wir den 5er Tower hier verlieren.